Wir haben für das Jahr 2016 erste konkrete Vorhaben, die wir in den kommenden Wochen weiter konkretisieren werden, die diese Themen entsprechend unterstützen, unsere Kampagne zum Laufen bringen. Wir werden das Thema Arbeitszeit und Dienstplangestaltung als ein wesentliches Thema hier zentral organisieren und nach vorne treiben. Wir werden uns um das Thema Leiharbeit kümmern, wir werden die Situation analysieren und gerade in der Phase des vom Bahnvorstand geplanten Umbaus wird dies ein wichtiges Thema sein, wenn es darum geht, auch über die zukünftige Struktur der Dienstleistungsgesellschaften zu reden. Es wird aber nicht nur im Bereich der Bahn AG, sondern auch in allen anderen Verkehrsunternehmen Schiene oder Bus eine wesentliche Rolle spielen.